Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Film Ranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Nummer 5 Die ganze Welt ist zu uns. Die Geschichte der Menschheit hat sich seit heute verändert. Dieses Raumschiff scheint über Johannesburg stehen zu bleiben. Sie geben so viel Geld aus, um sie hier zu behalten. Sie könnten es doch für andere Dinge verwenden. Wenigstens halten Sie sie getrennt von uns. Wie funktionieren eure Waffen? Wir berichten live aus District 9, dem Flüchtlingscamp, das errichtet wurde, um die Aliens von der menschlichen Bevölkerung zu trennen. Ich sollte eine schusslichere Weste bekommen. Machen Sie sich keine Sorgen, das geht schon in Ordnung. MNU Agents, machen Sie bitte die Tür auf! Das hier ist ein erstaunlicher Fund. So ein Gerät habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, auf dem hier sind Markierungen drauf von... Es stammt also definitiv von Aliens. Aber es ist... Es ist keine Waffe. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte stürmen District 9. Eigentlich wusste niemand, was das für ein Ort war. Holt ihn mir. Holt ihn mir. Es wird schnell gehen. Es wird sauber laufen. Und das allerbeste... Hey, hey, hey! Es wird geräuschlos sein. Es gibt eine Menge Geheimnisse in District 9. Sie wollen einen Seitensprung vergessen, der Ihre Ehe gefährdet? Nakuna Incorporated hat eine sichere und effektive Methode entwickelt, die Sie gezielt von unangenehmen Erinnerungen befreit. Nur wenige Stunden und unser patentierter, nicht operativer Eingriff befreit Sie von schmerzlichen Erinnerungen und gibt Ihnen einen anhaltenden inneren Frieden, wie Sie ihn noch nie zuvor erlebt haben. Ist doch ein Scherz, oder? Nein, absolut nicht. Kann man sich dabei das Hirn verputzeln? Es fühlt sich an wie der Kater nach einer langen Nacht. Nicht der Rede wert. Ah! Nummer 3 Sam Bell an Zentrale. Alles läuft reibungslos. Over and out. Rock'n'Roll. Gott schütze Amerika. Guten Morgen, Sam. Soll ich dir die Haare nachher zu Ende schneiden? Luna Industries ist weltweit Anbieter Nummer 1 für saubere Energie und das allein dank hart arbeitender Menschen wie Ihnen. Daddy ist Astronaut! Drei Jahre sind eine lange Strecke, wisst ihr. Du wirst da oben bestimmt einsam sein, aber ich bin stolz auf dich. Noch zwei Wochen, Sam. Noch zwei Wochen, Kuppel. Ich gehe nach Hause. Wir haben eine Transporthülse, Falsich. Ich gehe mal raus und fange sie ein. Okay, Sam. Sie verlassen Arbeitspyrameter von Zara. Ich habe ihn draußen gefunden. Wer ist das? Sag mir, wer das ist! Vielleicht hast du dir ja was eingebildet. Was ist los? Wo kommt er her? Wieso sieht er aus wie ich? Ach, du bist schon viel zu lange hier oben, Mann. Du bist nicht mehr ganz dicht im Kopf. Oh, child. Ich verstehe nicht, was los ist. Ich glaube, ich kann hier den Müll steigen. Ich bin da aus. Ich bin da aus. Ich bin da aus. Nummer 2 Die dunkle Seite der Macht ist der Pfad zu mannigfaltigen Fähigkeiten, die manche von uns für unnatürlich halten. Ist es möglich, diese Fähigkeiten zu erlernen? Nicht von einem Jedi. Der Rat wünscht, dass du über alle Aktivitäten des Kanzlers berichtest. Aber das ist Verrat. Wir befinden uns im Krieg. Sehr riskant, ihn auf den Kanzler anzusetzen. Ich glaube nicht, dass der Junge das schafft. Ich vertraue ihm nicht. Ich brauche deine Hilfe, Anakin. Ich ernenne dich zu meinem persönlichen Vertreter im Rat der Jedi. Du bist Mitglied des Rates, aber wir gewähren dir nicht den Rang eines Meisters. Was? Obi-Wan und der Rat vertrauen mir nicht. Lerne die dunkle Seite der Macht kennen. Und du wirst mächtiger werden als jeder andere Jedi. Sie stehen unter Arrest, Kanzler. Wollt ihr mir etwa drohen, Jedi-Meister? Jeder einzelne Jedi ist von nun an ein Feind der Republik. Tu, was getan werden muss. Zögere nicht. Zeig keine Gnade. Wer kann das getan haben? Verwirrt von der dunklen Seite der junge Skywalker geworden ist. Ich fühle mich so hilflos. Du warst der Auserwählte! Nr. 1 Das war's. Bistcr. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist toll! Das ist toll! Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren!